Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Rathos aus dem White Goblin Games Verlag. Ein Spiel für 2-4 Spieler ab 10 Jahren mit einer Dauer von ca. 45 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Rathos. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung in mehreren Sprachen. Dann gibt es hier einen Spielplan. Dann haben wir hier Rattenmarker in Braun, Rattenmarker in Lila, das sind die Startrattenmarker, die Pestfigur für die Spieler hier, die verschiedenen Bewohner in verschiedenen Farben. Und dann haben wir hier noch die Ständekarten, das sind hier diese sechs Stück. Ja, und das ist er schon, der komplette Inhalt dieser Spiele-Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau des Spiels funktioniert wie folgt. Ihr legt den Spielplan in die Mitte des Tisches und diese sechs Ständekarten einfach mal offen daneben. Wenn man jetzt mit weniger als vier Spielern spielt, ist auch nicht der ganze Spielplan hier in Benutzung, sondern der ganze Spielplan ist nur bei vier Spielern in Benutzung. Bei drei Spielern lässt man die ganz dunklen Felder weg und spielt nur mit dem Rest hier. Und bei zwei Spielern lässt man auch noch die auch noch etwas dunkleren Felder weg und spielt nur auf diesem hellen Bereich. Also wir spielen zwei Spiele auf Spiel, das heißt wir behalten uns jetzt nur diesen hellen Bereich hier vor zu spielen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen was tun. Zum einen legen wir auf jedes dieser hellen Felder, die so mit diesen dunklen schwarzen Strichen abgegrenzt ist, eins dieser lilanen Rattenmarker. Das heißt, ich mische die nochmal durch und lege da jetzt überall eins drauf. Das sind natürlich ein bisschen mehr, weil es muss ja normalerweise hier bei drei und vier Spielern auch noch was belegt werden. Bei uns bleiben jetzt hier vier Stück übrig. Das sind genau diese vier Sachen. Die legen wir kurz hier ein bisschen zur Seite. So sieht also momentan die Belegung aus. Diese Pfeile bedeuten auch immer, dass diese Sachen miteinander verbunden sind von diesen Orten aus. Und jetzt müssen die Spieler ein paar ihrer Bewohner auf das Spielbrett bringen. Das heißt, einer macht den Startspieler, der fängt an und nimmt zwei seiner Bevölkerungswürfel und legt die in ein beliebiges Gebiet. Dann ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn dran. Auch der nimmt zwei Würfel, legt sie in ein beliebiges Gebiet. Dann beginnt nochmal der Spieler, der gerade dran war. Also es wird im Uhrzeigersinn weitergehen. In unserem Fall sind wir jetzt schon fertig. Das heißt, jetzt geht es wieder rückwärts. Der Spieler, der gerade gelegt hat, legt nochmal zwei Würfel in ein beliebiges Gebiet. Nur nicht das gleiche. Und auch der Startspieler legt nochmal zwei Würfel in ein beliebiges Gebiet, in dem noch nichts drin liegt. Man darf sich auch gleich zu einem anderen hier mit reinsetzen. Das ist schon erlaubt. Aber wie gesagt, kann man sich raussuchen, wie man das machen möchte. Momentan möchte jeder seine eigenen Gebiete haben. Man kann sich da schon normal dazusetzen. Jetzt haben wir den restlichen Rattenmarker in braun. Die mischt man gut durch und muss jetzt im Zweispielerspiel 12 raussortieren und im Dreispielerspiel 6 raussortieren. Die nicht mitspielen, denn die geben auch die Spiellänge an. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ungesehen aus dem Spiel. Und die nicht gelegten Startmarker auch noch mit hier wieder reinmischen. Das heißt, das Ganze mischen wir jetzt gut durch. Legen die Rattenmarker dann einfach mal schön nebeneinander auf den Tisch, dass man sich immer welche nehmen kann und platzieren kann. Und dann wird noch unsere Pestfigur hier irgendwo auf ein Feld gestellt. Beliebig irgendwo drauf, völlig egal. Und dann ist der Aufbau auch fertig. Und ich lese euch mal die Spielidee vor. Europa 1347 Eine Katastrophe bricht über Europa herein. Der Schwarze Tod wütet über den Kontinent und rafft binnen 5 Jahren einen Großteil der Bevölkerung dahin. Sie besiedeln die Regionen Europas, während sich die Pest aus dem gesamten Kontinent ausbreitet. Es gilt, die unterschiedlichen Möglichkeiten der Stände des Mittelalters klug einzusetzen. Bauern sorgen für Bevölkerungswachstum. Mönche halten die Ratten fern. Kaufleute können sich eine Flucht leisten. Ritter führen Kriege und tragen die Pest in neue Regionen. Hexen kontrollieren ihre Ausbreitung mit Magie, während die Könige in ihren befestigten Burgen bleiben und die Pest so umgehen. Doch die Pest macht keinen Unterschied. Kommen die Ratten, ist niemand mehr sicher. Wem gelingt es, die größte Bevölkerung gesund durch das Zeitalter des Schwarzen Todes zu führen? Ja, Ratus hat ein interessantes Thema, die Pest. Und die müssen wir eben jetzt ein bisschen am Ausbreiten hindern und am Schluss schauen, dass man die meisten Bevölkerungsschichten noch auf dem Spielplan hat. Das Ganze ist von den Regeln her auch nicht besonders schwierig. Grundsätzlich teilt sich das Ganze immer in drei Phasen ein, die ein Spieler komplett durchmacht, bevor dann der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe ist und auch diese drei Dinge macht. Die erste Sache, die ein Spieler machen kann, die muss er nicht machen, die anderen Sachen muss er machen. Also die erste Sache, die er machen kann, ist, sich hier eines dieser Ständekärtchen zu sich zu nehmen. Die bringen ihm dann im Spiel Vorteile. Da komme ich dann nachher dazu, was die so alles machen. Man kann entweder, solange die Karten hier noch neben dem Spielplan liegen, sie von neben dem Spielplan nehmen. Also eine pro Runde oder auch von einem anderen Spieler an sich nehmen. Man kann mehrere der Ständekarten haben, kann die dann auch alle gemeinsam nutzen in seiner Runde. Die bringen allerdings auch einen Nachteil. Das ist dann hier in den Rattenplättchen drin, dass immer wieder mal dann bestimmte Bevölkerungsschichten eines Standes von den Ratten dahin gerafft werden. Und wenn ich diese Karte eben gerade bei mir liegen habe oder mehrere dieser Karten und mehrere dieser Stände werden von den Ratten dahin gerafft, da verliere ich eben auch wieder viel Bevölkerung. Grundsätzlich ist es eh so, dass die Bevölkerung sehr, sehr schnell rein und wieder raus wandelt. Das ist keine ungewöhnliche Aktion, dass hier ständig die Personen sterben und wieder neben dem Spielplan kommen und wieder eingesetzt werden. Das ist ganz normal. Es geht einfach darum, dass man dann im Laufe des Spiels sich einfach Gebiete sucht und lehrt und da eben seine Bevölkerung drin hat. Am besten in großen Zahlen, sodass man da am Schluss eben gut rauskommt aus dem Ganzen. Ist nicht so einfach zu erklären, spielt sich aber wirklich relativ simpel. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Wir spielen einfach mal eine Runde los und ich erkläre euch das Ganze erstmal grundsätzlich, ohne dass ich hier eine Karte nehme. Und dann erkläre ich euch mal, was diese ganzen Karten hier so bringen. Also, erster Zug in der Phase, sagen wir rot fängt an, ist es eben hier eine Karte zu nehmen. Dann lasse ich jetzt mal aus, denn es ist optional. Ich muss keinen nehmen. Sollte man allerdings, denn die bringen schon Vorteile. Das zweite, was ich mache, ich bringe Bevölkerungswürfel ins Spiel. Und da darf ich so viele Bevölkerungswürfel in ein Gebiet legen, wie da Ratten drin sind. Bedeutet also, in jedes Gebiet momentan kann ich höchstens einen Würfel bringen. Also ich darf nur einen Würfel legen in meiner Runde, weil überall nur eine Ratte drin liegt. Es können mal bis zu drei Ratten in einem Gebiet liegen. Mehr ist sowieso verboten. Also es können höchstens drei Ratten drin liegen. Und wenn ein Gebiet eben drei Ratten hat, kann ich da auch in dieses Gebiet drei meiner Bevölkerungswürfel mit reinbringen. Und hier haben wir schon den ersten Vorteil unseres Bauern. Jetzt gehen wir jetzt einfach der Reihe nach durch, wenn es Sinn macht. Der Bauer erlaubt es mir, eine Bevölkerung mehr, wie Ratten da sind, ins Spiel zu bringen. Also habe ich den Bauern vor mir liegen, darf ich in ein Feld mit einer Ratte auch gleich mal zwei Personen einsetzen. Oder zwei Bevölkerungswürfel eben einsetzen. Das ist also schon mal gar nicht so unpraktisch. Habe ich dann meine Figur oder mehrere Figuren gesetzt, geht es in die dritte Phase. Und da wird die Pestfigur bewegt. Grundsätzlich darf sich die Pestfigur immer nur ein angrenzendes Feld weit bewegen. Ich darf mir selber aussuchen, auf welches Feld ich ihn ziehen möchte. Vielleicht nicht unbedingt zu sich selber, sondern vielleicht zum Gegner. Und auch hier gibt es wieder eine Sonderkarte. Das ist unser Ritter. Wer den bei sich hat, darf die Pestfigur sogar zwei Felder weit bewegen. Und er darf entscheiden und sagen, in diesem Gebiet sind es einfach zwei neutrale Bevölkerungssteine drin. Das ist eine wichtige Sache, denn umso mehr Bevölkerung hier drin ist, umso eher tritt die Aktion einer Ratte in Kraft. Denn wir schauen uns mal kurz so eine Ratte an. Da steht oben drauf immer eine Zahl plus fünf. Oder, was haben wir hier, plus zwei. Und das bedeutet einfach, wenn zwei oder mehr Bevölkerungssteine hier drin liegen, egal von welchen Spielern, also insgesamt zusammen, dann tritt der Effekt hier ein. Oder hier eben, wenn fünf oder mehr drin liegen, dann tritt dieser Effekt ein. Und ich kann eben mit dem Ritter sagen, so mein Gegner, weil ich bin ja rot, ich stelle den hier rein und sage, bei dir sind jetzt nicht deine zwei drin, sondern ich durch meinen Ritter sage, es sind jetzt vier drin. Und schon könnten hier auch plus vier Marker und plus drei Marker an Aktion eingelöst werden. Also das ist das, was der Ritter hier eben machen kann. Schauen wir uns den weiteren Zug an. Ich habe also jetzt hier unsere Pestfigur rein bewegt. Und jetzt löst die Pestfigur in angrenzenden Gebieten weitere Pest aus. Und da muss ich wieder schauen, wie viele Rattenplättchen in dem Gebiet liegen, auf die ich die Pest gesetzt habe. Liegt keine Ratte in dem Gebiet, dann bereitet sich die Pest auch nicht aus. Dann passiert nichts. Liegt eine Ratte in dem Gebiet, so wird in ein angrenzendes Gebiet eine Ratte gelegt. Das heißt, hier in ein angrenzendes Gebiet irgendwo, was eben verbunden ist mit diesem Feld, lege ich eine Ratte. Liegen in diesem Gebiet zwei Ratten oder auch drei Ratten, so werden sogar zwei Marker verteilt. Die kann ich beide in ein Gebiet legen oder auch verteilen. Völlig egal. Also liegt eine Ratte im Gebiet, wo der Pestmarker hinkommt, lege ich eine Ratte in ein angrenzendes Gebiet, liegen zwei oder drei Ratten in dem Gebiet, lege ich zwei Ratten in angrenzende Gebiete. Und ich lege jetzt einfach mal in dieses Gebiet eine Ratte rein. Also nicht auf das Feld, auf dem ich stehe. Da darf ich keine mehr reinlegen. So, und jetzt bricht die Pest auf diesem Feld auch noch aus. Und dazu werden jetzt diese Rattenplättchen ausgewertet. Und man deckt es einfach, wenn mehrere da liegen, ein beliebiges auf. Wenn nur eins da liegt, natürlich nur das eine. Und schaut, was da drauf ist. Hier haben wir jetzt drauf eine Plus 6 und zweimal MM. Ja, was bedeutet das? Plus 6 bedeutet einfach, dass hier die Pest nur ausbricht, wenn sechs oder mehr Bevölkerungssteine auf dem Feld liegen. Auf diesem Feld liegen nur zwei Bevölkerungssteine. Das heißt, dieses Plättchen ist wirkungslos und kommt einfach aus dem Spiel. Puh, Glück gehabt. Ja, was bedeutet aber dieses MM da unten drauf? Oder auch die anderen Sachen? Das schauen wir uns jetzt ganz kurz mal an. Es gibt Plättchen, auf denen steht Plus 5 und dann sind hier unten Symbole drauf. Die Symbole sind die Sachen, die auch hier auf diesen Ständekarten drauf sind. Und jeder Spieler, der die Ständekarte, die einem Symbol entspricht, vor sich liegen hat, verliert in diesem Gebiet eine Bevölkerung. Bedeutet, habe ich den Ritter vor mir liegen, verliere ich eine Bevölkerung. Habe ich den Magier vor mir liegen, verliere ich sogar zweimal eine Bevölkerung. Und dann gibt es eben Plättchen, da ist dieses M oder dieses A hier unten noch mit drauf. Und das heißt einfach bei M, das wird als erstes auch ausgewertet, bevor die Stände ausgewertet werden. M bedeutet, der Spieler mit der Mehrheit an Bevölkerungsplättchen in diesem Gebiet verliert eins. Oder das A bedeutet, jeder Spieler verliert eins, der in diesem Gebiet Bevölkerungsplättchen hat. Und erst dann werden diese Stände auch ausgewertet und die Bevölkerungen rausgenommen. Das wird so lange gemacht, bis entweder alle Rattenplättchen hier weg sind. Dann hat man Glück gehabt, man hat vielleicht noch ein paar Bewohner drin. Oder wenn hier noch Rattenplättchen liegen, aber die Bewohner hier schon ausgerottet sind, dann werden die restlichen Rattenplättchen auch nicht aufgedeckt, sondern bleiben liegen. Also wenn hier die schon beim vorherigen Plättchen draufgegangen sind, dann bleibt das andere verdeckt liegen und ich schaue mir das nicht mehr an. Oder eben es ist leer und dann ist das Gebiet befreit. In dem Fall ist es so, es ist befreit, weil ich nicht plus sechs habe, sondern ich habe nur zwei hier liegen. Das kommt also aus dem Spiel und wir haben jetzt hier eine freie Zone. Auch das ist wieder ein Vorteil für eins unserer Ständeplättchen. Da haben wir hier unseren König. Habe ich den König bei mir und gibt es ein Gebiet, auf dem kein Rattenplättchen liegt, aber meine Bevölkerung liegt, dann darf ich pro Runde, wo ich dran bin, eins meiner Bevölkerungssteinchen hier in die Burg setzen. Die sind hier sicher, die können da nicht mehr wegsterben. Geht aber nur, wenn eben keine Ratte mehr in dem Gebiet liegt und ich da noch Steine liegen habe. So, jetzt haben wir durch den Bauern, der eins mehr legen darf. Wir haben den Ritter, der den Pestmarker hier zwei Felder bewegen darf und zwei virtuelle Bevölkerungsschichten in das Gebiet holen kann, wenn er möchte. Wir haben den König, der eben leere, von rattenbefreite Felder nehmen kann und seine Bevölkerung hier in das Schloss zu holen. Dann machen wir die anderen beiden noch kurz durch. Hier haben wir den Priester, der erlaubt es mir, ein Rattenplättchen von einem beliebigen Ort in einen angrenzenden Ort zu verschieben. Kann ich also nutzen und sagen, ich setze von mir aus in ein Gebiet, wo jetzt hier zwei liegen, setze ich jetzt von mir aus hier zwei ein und dann verschiebe ich das weiter, sodass nur noch eins da liegt. Kann man also auch für solche lustigen Aktionen hier benutzen. Dann gibt es hier den Kaufmann, der erlaubt es mir, bis zu drei eigene Bevölkerungswürfel in eine benachbarte Region zu verschieben einfach. Da kann ich also ein bisschen die Bevölkerung in der Gegend herumschubsen und vielleicht aus stark verseuchten Gebieten wegbringen. Und als letztes gibt es hier noch unsere Hexe. Die erlaubt es, dass ich mir zwei Rattenmarker anschaue und diese darf ich dann, wenn ich möchte, tauschen. Das sind natürlich die beiden Rattenmarker, die ich anschaue, auf dem gleichen Feld. Dann bringt Tauschen relativ wenig. Ich weiß halt dann, was da liegt. Habe ich aber zwei unterschiedliche Regionen und schaue mir da die Rattenmarker an. Darf ich die auch, wenn ich möchte, dann eben austauschen, wenn ich das nutze. Das sind eben diese Ständekarten, die ich zu mir holen kann. Und jetzt spinnen wir einfach noch ein bisschen weiter und fangen jetzt mal an, uns auch diese Ständekarten zu nehmen. Gelb ist jetzt also an der Reihe und sagt jetzt, okay, ich nehme jetzt hier diesen Bauern zu mir, lege das also zu mir hin. Dadurch darf ich eine Bevölkerung mehr platzieren und sage, okay, dann nehme ich jetzt dieses Gebiet und lege da drei Bevölkerungssteine rein. Ich darf nur Bevölkerungssteine übrigens in Gebiete legen, in denen noch Rattenmarker sind. Ich dürfte jetzt nicht dieses befreite Gebiet nehmen und da irgendwas reinlegen, das ist verboten, sondern nur eben in Gebiete mit Rattenmarkern. Wie gesagt, genauso viel wie Rattenmarker drin liegen, darf ich reinlegen und eins mehr durch meinen Bauern. Deswegen habe ich jetzt hier drei liegen. Dann bewege ich die Pestfigur hier rüber zu meinem Mitspieler. Da liegt eine Ratte drin, das heißt, in ein angrenzendes Gebiet kommt eine Ratte dazu. Die lege ich eben auch gleich mal hier rein, meinem Mitspieler. Dann wird die Ratte aufgedeckt. Hier ist ein Plus 4 drauf. Ich habe hier nur zwei liegen, also tritt auch das nicht ein, kommt aus dem Spiel. Und der Spieler, Rot, ist sofort wieder an der Reihe. Der sagt sich, ich nehme jetzt mal hier den König zu mir, nutze auch gleich die Königsaktion, um das leere Gebiet hier zu nutzen, um einen in die Burg zu bringen. Dann bringe ich neuere Marker rein. Ich sage mal, ich nehme zwei Stück und lege die hier in dieses Gebiet zu diesem anderen Spieler. Kann ich machen, ist wie gesagt nicht verboten. Und sage, okay, jetzt muss ich den Pestmarker bewegen und ich möchte ganz gerne mal den hier zu uns bewegen. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist oder nicht. Hier rüber hätte keinen Sinn gemacht, weil hier keine Ratte ist. Hier hoch hätte keinen Sinn gemacht, weil hier keine Bevölkerung ist. Hier rüber hätte keinen Sinn gemacht, weil ich da selber sitze. Hier hoch hätte keinen Sinn gemacht, weil hier gar keine Bevölkerung ist. Also wie gesagt, das ist jetzt vielleicht gerade der sinnvollste Zug. Ich kann ihn natürlich auch irgendwo anders hinziehen, wo jetzt keiner ist. Dann passiert halt nichts in der Runde. Ist ja manchmal auch nicht so schlecht. Ich will jetzt aber spannenderweise mal wissen, was hier unten passiert. Und jetzt ist er hier in einem Feld mit zwei Ratten. Das heißt, ich darf auch zwei neue Rattenmarker ins Spiel bringen. Die lege ich ihm hier oben in sein schönes, leeres Gebiet rein. Und dann decken wir jetzt einen beliebigen Rattenmarker auf. Dann haben wir hier ein plus drei. Wir haben fünf Stück, also tritt es ein. Wir haben einmal ein M drauf für die Mehrheit. Das heißt, der Spieler mit der Mehrheit verliert schon mal eine Bevölkerung. Das ist der gelbe Spieler. Der verliert schon mal eins. Und der Spieler, der den Bauern hat, verliert eins. Das ist auch der gelbe Spieler. Und der Spieler, der die Kirche hier hat, unseren Priester, der verliert auch eins. Das ist aber noch im Vorrat. Das heißt, da verliert keiner was. Das Markerl kommt weg. Es sind noch Personen drin. Also decken wir auch das zweite auf. Hier heißt es plus vier. Es sind nur noch drei da. Das heißt, das tritt nicht ein und kommt aus dem Spiel. Und so sieht das jetzt wieder momentan aus. Und dann wäre jetzt unser gelber Spieler wieder an der Reihe. Der könnte jetzt sagen, ich hole mir hier jetzt irgendwie eine Figur. Er kann aber auch sagen, ich will den König von ihm hier rüber zu mir haben. Auch das kann ich machen und sage dann einfach, ich gehe mit dem hier ins Schloss. Dass hier der Pestmarker steht, ist kein Problem. Es ist halt keine Ratte da, deswegen kann ich das machen. Und dann setze ich wieder ein und sage, okay, ich setze hier unten nochmal zwei von meinen Leuten ein bisschen hier aufstocken, dass hier ordentlich was los ist. Dann bewege ich den Marker hier rüber. Da ist keine Ratte, deswegen erscheint auch nichts Neues. Und sofort wäre unser roter Spieler wieder an der Reihe. Der kann sich dann entweder seine Sachen zurückholen oder könnte sagen, gut, dann nehme ich jetzt diesen Priester, der die Ratten verschieben darf. Und verschiebe mal hier die Ratte runter. Mehr wie drei dürfen nicht drin liegen. Das heißt, hier ist voll. Dann nehme ich mal zwei Steine, lege die hier rein. Und dann würde ich ganz gerne den Pestmarker hier rüber bewegen. Da sind drei Ratten drin. Das heißt, ich muss zwei Ratten neu verteilen. Die lege ich hier in das derige Gebiet, sonst lege ich es mir ja selber vor die Nase. Das will ich nicht. Und dann bricht hier die Pest aus. Wir decken das erste auf. Plus vier. Passiert also nicht, weil nur zwei drin liegen. Wir decken das hier auf. Plus drei. Passiert nicht, weil nur zwei drin liegen. Und ich decke das letzte auf. Plus vier. Passiert auch nicht, weil auch nur zwei drin liegen. Es gibt auch plus zwei Sachen. Also keine Angst, da kann schon mal was passieren. Aber eben nicht so häufig. Ja, so wird das Spiel gespielt. Und zwar einfach so lange, bis ein Spieler den letzten Rattenmarker irgendwo platziert hat. Der löst dann die letzte Runde aus. Und das bedeutet, alle Spieler, außerdem der dieses Ende gerade ausgelöst hat, also der den letzten Rattenmarker reingelegt hat, dürfen noch einmal ihre Sonderfähigkeiten ihrer Ständekarten vor sich benutzen. Die letzte Runde wird auch gegen den Uhrzeigersinn gespielt. Plus Wertung jetzt gleich auch nochmal eher behandelt wie zwei neutrale Steine. Wie gesagt, man kann das dann auch nutzen mit Spielsteinen, die nicht mitspielen und die neutralen Steine wirklich auch reinlegen. Auf jeden Fall, wenn dann jeder Spieler entgegen des Uhrzeigersinnens nochmal seine letzte Aktion gemacht hat, also nur diese Aktion dieser Ständekarten darf man machen, dann räumt die Pest den Spielplan leer. Das heißt, alle Regionen werden umgedreht und wenn da Bevölkerung drin ist, wird dann nochmal dezimiert. Das heißt, hier 2 plus wird nochmal dezimiert, hier 4 plus wird dann wahrscheinlich nicht mehr dezimiert, weil da schon einiges weg ist. Es wird also alles nochmal aufgedeckt, wo noch Rattenmarker drin liegen und wird nochmal jedes Gebiet für sich aufgeräumt. Und der Spieler, der danach noch am meisten Bevölkerungssteine auf dem Spielplan hat, der hat das Spiel dann gewonnen. Das war sie, meine Spielevorstellung von Rattus aus dem Wild Goblin Games Verlag. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspiel Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus macht's das gut, euer Michael.